Musik 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 Unser Campingplatz ist in einem kleinen Vorort. Der Vorort nennt sich El Thule. Und hier gibt es anscheinend einen wahnsinnig alten Baum. Den schauen wir uns gleich an. Das ist dieser hier. Aber der Platz hier ist wunderschön. Irgendwie ist alles abgesperrt. Wahrscheinlich wegen Corona. Und jetzt kommt gleich wer und sagt mir das. So das ist das Wahrzeichen hier glaube ich von El Thule. Ein 2000 Jahre alter Baum. Ich gehe nicht rein und schaue mir den an. Die wollen 20 Pesos eintritt. Und eine Massenpflicht im Freien. Sowas kann ich natürlich nicht supporten. Musik 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 Oaxaca, der Zócalo. Wir sind mit unseren Freunden Walter und Sheila in Oaxaca am Zócalo. Der Hauptplatz von Oaxaca, der Zócalo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mercado Benito Juárez. Ja, Fischlein. Ja, oh ja, ja. Ja, ja. Lekker Hüchen hier. Ja. 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 Halle, wo es lauter Fressstände gibt. Ein Mescal Verkäufer nach dem anderen. Alles Mescal. Ein Mescal Verkäufer. 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 Eine kleine morgendliche Wanderung in einem ausgetrockneten Flussbett. Aloe Vera blüht. Jetzt sind wir im großen Flussbett angekommen. Aber sehr wenig Wasser. Ein Mescal Verkäufer. 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 Ein Mescal Verkäufer.